Ja, dann lass mich jetzt einfach mal rum. Ja, hör auf mich abzukehren. Dann lass mich zuerst ver- Lass mich zuerst ver- Lass mich zuerst ver- Ah, geil ey. Waaah! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA Online. Heute 16% Party-Pagour-Map mit Leonard. Guten Tag. Hallo? Es ist ewig her, mein Lieber. Ewig her. Zu lange eigentlich. Jo, wahrscheinlich. Was für? Kannst du mir doch Bescheid sagen, dass dir sowas ist. Äh. Ach komm. Ciao. So, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es freut mich, dass wir endlich mal wieder ein paar GTA-Folgen hier machen können. Mann! Fuck. Ah, ich freu mich grad riesig. Ich freu mich riesig. Ich komm nicht mal bis zum ersten Punkt. Hey, du musst doch eigentlich nur mit- Du weißt doch, wie man Wheelie macht und Down Wheelie und so, ne? Mit NumPad 5 und NumPad 8. Du musst halt einfach mit NumPad 5 gegen die Wand fahren und dann fliegst du rüber. Ne, er ist nicht so ganz, ne? Ich bin ja der Level Asian Master, genauso wie der Tiberius. Warum bin ich denn als einmal erster? Ja, weil ich hier auf dich gewartet hab, Mann. Achso. Ja. Ja, ich wollte dir das mal ein bisschen dann auch zeigen hier, weil diese Sprünge sind dann jetzt doch nicht ganz so leicht. Das ist jetzt für mich zwar eine einfache Asian, aber für jemanden, der sowas halt noch nie gemacht hat. Warte mal, warte mal, ich krieg das dann. Ach, hast du den Punkt noch nicht? Leider nicht. Ja, der ist in der Luft, ja. Du musst einfach mit Fullspeed dagegen fahren und dann wirst du... Das sind 62 Punkte, das ist ne Menge. Okay, krass. Aber, okay. Ja, jetzt sollte es geklappt haben, oder? Ja, hat geklappt. Ja, fährt er natürlich direkt weiter, ist klar. Ach, da oben, oder? Oh, okay. Achso, ja, gut. Okay, dann guck mal hier. Dann fährst du jetzt einfach hier den Weg lang, fährst dann auf dieses Grasstück zu und ziehst halt, drückst halt NumPad 5, wenn du gegenfährst. Dann wirst du nämlich so hoch geboostet. Ich hab's jetzt leider nicht bekommen. Okay. Ah, da muss man... Das sind halt die Level Agents, ne? Da muss man... Wobei, man kann man das auch so machen. Warte mal, ich probier's mal. Ah, schade, das funktioniert hier leider nicht. Wobei ich gerne noch einmal probieren würde. Hast du den Punkt? Nee, noch nicht. Fährst du das Haus hoch, oder was? Also, ich hab ihn. Ja. Nee, ich hab ihn noch nicht. Fuck. Doch, jetzt hab ich ihn auch. Okay, das geht nicht. Was heißt hier auch, Alter? Ich hab den Punkt nicht. Ja, du kommst ohne mich eh nicht viel weiter, also... Nee, ich glaub, du hast mich doch gleich wieder. Oh, come on. Kommt hier nicht hoch. Ach, du leck mich doch am Arsch hier, ey. Wenn du mich in dieser Mäppchen schlägst, ne, dann ist aber mein Leben auch sadly vorbei, Alter. Hast du den jetzt mal? Nein! Was, warum? Ja, keine Ahnung. Es ist einfach... Es will einfach nicht. Nimm doch die Abkürzung, nimm doch die Abkürzung. Es will einfach nicht. Was für eine Abkürzung, Digga. Tu nicht so. Ja, du darfst das Haus hochfahren und dann hast du es. Ja, Hauptsache hier drin ist einfach eine Treppe, Alter. Ja, ist es ja auch. Das ist nicht die Level Asian Art, Alter. Aber egal, machen wir. Jo, wahrscheinlich. Also ich sehe das Ziel schon für was, ne? Ja, ist klar. Bei 10 Punkten von... Echt? Ich hab nur 10? Nee, ich bin jetzt bei Punkt 10, also... Wenn du Y drückst, kannst du das ja sehen. Wo ist denn der Punkt, Alter? Willst du mich verarschen? 23 bin ich. Ich bin 23. Jetzt hab du schon doppelt so viele Punkte hast. Doch, probisch. Ja, ja. Wenn ich meine Tricks auspacke, dann bin ich noch ganz schnell wieder bei dir. Ich glaub, jetzt kannst du mich einholen. Lol. Ah ja, das sind doch... Ah, das sind... Ich finde, das ist eine okay Map. Das ist eigentlich für Einsteiger auch ganz gut. Du hast Tatsache über eine Minute Vorsprung. Ui, das ist ordentlich. Ja, ähm... Wie fühlen sie sich? Ich fühl mich so, dass ich dich irgendwo noch überhole. Kommen ja noch ein paar Rampen... Äh, Abschnitte und so. Ja, okay. Da wirst du mich wahrscheinlich dann überholen. Ja, das kann sein. Ich meine, ich... Ich hab Level... Solange es GTA gibt, spiele ich Asians. Mit dem T. Ja... Das ist mein Leben in GTA. Solche Maps. Ja, und das hier ist jetzt eine etwas leichtere. Ich wollte jetzt keine Ultra-Harte anmachen, weil du die Technik einfach nicht kannst. So. Beim nächsten Mal werde ich mir jetzt noch auf jeden Fall eine Automap wieder aussuchen. Dann auch. Ach, so scheiße. Boah, das ist... Okay, die ist echt nicht so leicht. Ja. Aber ich hab mir vorgenommen, dich nicht einfach allein zu lassen und einfach wegzufahren, sondern ich möchte wirklich dir ein bisschen die Techniken erklären, dass du das dann auch hinkriegst und so. Dass du dann genauso weiterkommst wie ich. Das ist sehr gut, oder? Ja. Ist mir aufgefallen, habe ich immer nie gemacht, so. Ja. Ich hab mir nämlich alle alten Aufnahmen nochmal angeguckt, hab dann immer nur gemeint, ja, wenn du es nicht schaffst, bist du halt schlecht. Dabei habe ich aber immer nie bedacht, dass ich halt jahrelange Erfahrung hier habe und du halt gar nichts hast. Und da ist mir dann aufgefallen, ups, das ist vielleicht falsch. Ja, könnte man so sagen. Mann, das gibt es doch jetzt hier nicht. Du hast 56 Sekunden nur noch, es wird kleiner. Pika! Was ist das für ein Scheiß? Mann! Wie krieg ich denn den Punkt, Alter? Nicht jucken, du Bastard! So! Okay! Also ich bin fast im Ziel, wollte ich dir nur mal mit... Bin mal gespannt, ob du mich da wiederholst. Ich bin irgendwie komplett raus, also ich krieg hier die Punkte nicht, die... Also, das ist... Das ist eigentlich schon... Bei welchem Punkt bist du denn? Es ist einfach... Also, 29. Sag doch mal! Was? Dann hast du mich gleich. Krass. Easy, jetzt muss ich ernsthaft so nehmen. Oh Gott, ey. Ah, du Wichser! Was ist, ey? Ich bin halt echt raus, ne? Hey, Micah! Ah! Also, ey, wie... Ich krieg's nicht hin. Ey, Digger, kipp mir doch! Du Spass! Es ist nicht mehr lange, dann bin ich im Ziel. Ey, ey, ich krieg's nicht hin! Wie? Ey, ist... Ich krieg's gerade nicht hin! Ich brauche Hilfe! Endlich, Alter! Warum kann der das nicht gleich, Mann? Ich hab halt nichts anders gemacht. Außer, dass ich vielleicht ein bisschen gerader gefahren bin. Ja, wahrscheinlich war das der ausschlaggebende Punkt, so. Oh, Mann, ey. Ohne Scheiß, ne? Ich will nur sagen, ne? 49, ne? Also... Digga, als ob die Map halt nichts mehr zu bieten hat, hab ich... Hätte ich echt nicht auf dich warten dürfen am Anfang. Oh, das... Ne, das ist schwer. Okay, ich glaub... Ja, das werde ich nicht schaffen. Okay. Sehr gut. Also hier sind... Ja, das werde ich nicht schaffen. Das wird jetzt so lange dauern, bis du kommst. Ich muss natürlich meine Ehre verteidigen als Level-Asian-Master. Du musst nur sagen, wie man fliegt. Ich muss jetzt hier lang fliegen, ne? Du musst so einen Weitsprung machen. Ja. Oh, oh, ja. Ja, das erklär ich dir dann, wenn ich da bin. Ja, ja, okay. Hopp. Aha. Ne, im Prinzip... Ich will nichts sagen, aber ich hab ihn. Ich hab ihn. Lols. Hab ihn. Ich bin jetzt auch bei 42. Das... Ah, krass. Ich hätte nicht gedacht. Also gut, die Map war jetzt bisher auch nicht schwer, muss man sagen. Das ist eigentlich hier nur Punkte abfahren. Und die Punkte sind halt mal einen Meter weiter über den Boden gesetzt als sonst. Aber das ist echt nichts, äh... Gott sei Dank. Na, wo ist denn der Weitsprung? Bei 49, sagst du? Als ob du schon da bist. Geh mal weg. Ach, scheiße. Der Punkt ist ja am... Der Punkt, wo du bist, der ist ja schon da, wo diese Rampen kommen. Wenn du die jetzt gut machst, dann winst du halt das. Vielleicht musst du auch... Ah, scheiße. Digga, 1,30. Du hast einen eiskalt Vorsprung gewonnen. Als ob du diese Stelle vermutlich auch noch fürs Schweinste... Vielleicht musst du ja auch durch den Tunnel fahren, ne? Ja, da ist eine Rampe. Ist klar. Naja, vielleicht musst du auch durch den Tunnel fahren. Ich sag dazu nicht mehr. Leul, ich flieg drüber, oder? Ich flieg viel zu weit, oder? Oh, ne, ich lande perfekt im Punkt. Ne, sogar gar nicht, von wegen. Als ob du schon hier bist. Oh, doch, ich hab ihn bekommen. Doch nicht 1,30, was erzählt's denn da? Ja, jetzt? Ja, Digga, wo ist der nächste Punkt? Leul, der ist außerhalb? Please. Fuck. Ey, warum denn 52 Sekunden? Wie kann das sein? Du bist direkt hinter mir. Hä? Erzähl doch nicht. Mann, fick dich. Mann! Steig auf, du. Digga, das kostet Zeit. Was? Oh, das ist schwer. Ey, das war so schwer. Ich hätte respawnen müssen, eigentlich. Ja, jetzt könntest du mich einholen. Jetzt holtest du mich ein. Wirst du sehen. Ich respawnen, macht dir keinen Sinn. Der ist so behindert. Ja, du könntest mich jetzt ganz genüsslich einholen. Ja, aber ich nutze es nicht. So, warum mach ich gleich so, Mann? So, jetzt bin ich endlich... Ich bin jetzt erst aus der Militärbasis raus. Nur so. Ja, aber hier muss man so einen Kilometer ungefähr fliegen. Kilometer? Das glaub ich kaum. Das geht gar nicht. Das geht nur im Cunning Stunt Modus. Da kann man... Ah, hi, ciao! Wo muss ich lang? Rechts. Ja, ich fahr da mal links. Hä, wo muss man denn hinten? Hä, wo ist denn die Rampe? Hä? Ich versteh's nicht. Ich hab die Rampe noch nicht entdeckt. Mann, ich komm nicht weiter. Hä, soll man die Rampe gar nicht benutzen? Oder gibt's überhaupt ne Rampe? Ach, man muss über den Stein abspringen. Lol. Jetzt hab ich erst gesehen, wo man abspringen muss. Das ist halt echt... Das ist halt echt alles. Das war's mit der Map. Please. Aber ich kann nicht so weit fliegen. Jetzt musst du mir mal erklären, wie es geht. Warte mal. Ich muss erst mal selber gucken, wo man überhaupt abspringen muss. Ach, hier bei diesem Stein. Oder hä? Ich muss erst mal raffen. Oh, du Wichser. Ja, da gibt's ja nicht mal ne Rampe. Also, wo soll man denn abspringen? Ich versteh's jetzt echt nicht. Kommst du so weit? Ja, ich bin noch nicht mal zum Abspringen gekommen. Wo muss man denn abspringen, bitte? Nach hier, oder? Auf den Stein, ne? Ne. Das muss irgendwie... Ne, das war ja nicht mal ansatzweise. Ich glaube, man muss woanders abspringen, weil das ist ja viel zu nah. Oder ich hab dann... Ich hab jetzt langsam gemacht. Ich probier's nochmal mit ein bisschen mehr Speed. Vielleicht ein bisschen mehr Anlauf, ne? Ja, Anlauf. Ne. Keine Chance. Also, du kriegst ja gar keine Höhe. Weißt du überhaupt, wo der Punkt ist? Hast du ihn schon gesehen? Ja, der ist auf dem Container im Wasser. Wiss ich. Aber... Ich muss halt erst mal gucken, wo wir abspringen müssen. Ach, warte mal. Ich erinnere mich doch, dass ich die Map irgendwo mal gesehen habe. Da war... War da vielleicht... Ne... Ja, guck mal, ne Rampe auf der Straße. Du musst auf der Straße bleiben. Da ist ne Rampe. Siehst du da hinten? Da. Ach so. Siehst du, ich wusste, weil... Diese Höhe müssen wir ja nicht erzählen, Alter. Ja, easy first try, Alter. Ohne Scheiß. Ja, first try. Ohne Scheiß, Alter. Kaum sehe ich, wo es lang geht. First try. Easy, Alter. Leck mich am Arsch. Alter, aber hier wird es echt... Also, das ist echt nicht ohne hier, was hier noch kommt. Geil. Das ist doch mal... Nein, ich komme nicht so weit. Guck mal, du musst doch Wheelie ziehen. Ja. Und du musst die Räder so haben, dass sie fast beide Richtung Himmel zeigen. Also, so steil wie möglich. Aber du darfst dich halt nicht überdrehen. Wenn du dich überdrehst, da hast du verkackt. Okay. Ne, und dann musst du halt mit 5 und 8 immer ein bisschen ausgleichen, dass das Motorrad sich halt nicht überdreht. Aber so musst du es halt immer, ne? Und dann mit 4 und 6, mit 5, 8, 6 und 4 so ein bisschen rumrotieren mit den Tasten. Dann überdrehst du dich auch nicht, so. Alter, wie soll das denn jetzt hier gehen? Ja. Hopp. 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 Neein! Neein! War es knapp? Nein, nicht knapp. Ja, kriegst du schon hin. Digga, diese Stelle hier ist der richtige Abfuck. Ich habe keinen Plan. Mann, ich schaffe es nicht. Muss ich da rein? Man kann ja nicht mehr schwimmen. Ach, lol. Ich soll da rein? Lol. Ich musste hier rein. Ja. Ist klar. Lol. Lol! Man muss Fullspeed nehmen. Alter, das ist... Oh. Nein, was mache ich denn da? Nein, f... Ach. Oh, Mann. Mal gucken. Wie weit du immer kommst. Ich gucke mir das mal an. Na? Digga... Sind alle seine Tries so... Nein! Digga, das war so schlecht gerade. Eigentlich sind sie perfekt. Du musst schon die Rampe perfekt erwischen. Ich wollte es noch mal erwähnt haben. Ja, du sparsst. Tu dich so, als ob du hier balancierst. Steig auf. Was für ein Schiss hier, ey. Digga, ich habe es doch immer über Probleme. Willst du mich verarschen? Lass mich hier rein. Geh, guck mal. Ich habe echt Pech hier gerade, ey. Pech. Ja? Pech. Digga, wie kann man so viel Pech haben? Es kann doch nicht sein. Muss ich hier mit einer Bremstechnik hoch, oder was? Tatsache. Please, ey. Mann! Das ist so nervig. Ich kriege hier... Mann! 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 Er ist... Es hält. So... Nein! Was mache ich? Oh, ich bin noch drin. Ich spasse. Wie will ich spawnen, obwohl ich drin bin? Diesmal mit. Ich glaube, ich muss es anders versuchen. So schaffe ich es nicht. Guck mal jetzt, wie ich es mache. Ja, ich bin gerade nicht da. Pass! Cap, halt ab! Ja, der Wickel. Aber... Ey, du bist doch rückgängig. Was ist das? Ja, das ist die Idee! Was ist die Idee? Das ist die Idee! Digga, absteigen und mit Fallschirm. Oder hast du einen Fallschirm? Ich glaube, ich habe jetzt keinen... Ich habe ihn gerade verbraucht. Nein! Ich kaufe mir schnell einen Menzeug. Du kannst das nicht. Jetzt will ich dir das. Also langsam regt mich das hier auf, weil ich hänge hier schon viel zu lange für meine Fal... Digga, was ist das für ein Klappwichser? Ohne Scheiß Mann, ich krieg's jetzt wirklich Ich krieg einfach eine Axt, wenn ich sowas mache Ja, ich krieg einen Spaten Ey, es ist halt unglaublich Ich schaff es einfach nicht hier Das ist so eine Pissstelle So eine Schissstelle Mann, das kann doch nicht wahr sein Es kotzt mich an Das will ich ja zugeben Ja, so eine richtige Schissstelle Nein Ich sag nur das Video, ne? Äh, Digga So, jetzt lässt man es uns erschaffen, Mann Ich kann mir vorstellen, wie sie da hakt Was du gegämt? Hab ich mich erschrocken, ey Ey, es ist doch eigentlich nicht mehr Es ist nicht mehr feierlich Guck hin, guck da mal ein Ja, ich bin nicht da Sonst ehrlich, ich bende jetzt das Spiel Nein Machst du jetzt nicht Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann mach ich es Digga, wir zocken ja seit 24 Minuten Ich stelle dich nicht so an Ich bin nur einen Punkt weiter Ich komme keinen Schritt weiter hier Was willst du von mir? Hab ich geragequitted? Ne Und danach zocken wir irgendeine andere Map Ja, aber ich hab Ganz ehrlich Ich mache diese Map hier nicht aus Nein, was? Digga Was hat der gerade gemacht? Der ist rückwärts 10 Schritte runtergetaumelt Ganz ehrlich, ich nehme den Punkt jetzt zu Fuß, Alter Ich habe echt keinen Bock mehr auf ihn Kannst du nicht, kannst du nicht Doch, ja, doch Da, wo ich bin, kann ich das Ich muss nur diesen Container hier hoch Warum kann ich das nicht? Weil der Container in der Luft ist Oh, nee, warte mal Ich kann es nicht Oh, doch Oh Gott So, ich bin jetzt gleich ins Ziel Und dann hat sich das auch erledigt Mit dieser Scheiß-Map hier Ach so, und die Sachen, die im Wasser sind Die kann man nicht Naja, du kommst halt nicht dran an den Punkt Weil der Punkt ist in der Plattform drin Und du kommst halt nicht auf die Plattform rauf Aber wenn ich Wenn du im Wasser bist Ja, du kannst probieren Ob du den Punkt von unten einsammeln kannst Das kannst du gerne machen Ich kann ja nicht schwimmen Wieso nicht? Du musst doch einfach nur absteigen Und ins Wasser gehen Du darfst nur nicht dein Motorrad mit ins Wasser nehmen Weil dann stirbst du Wenn dein Fahrzeug kaputt geht Vielleicht komme ich ja trotzdem irgendwie an den Punkt dran Ja, genau Also wenn du Digga Dass ich das nicht hinkriege Ich bin einfach zu gierig gerade Das ist unglaublich hier Alter, was ist hier los? Ich erspare euch die Scheiße hier Und schneide zu dem Versuch, wie ich es schaffe Alter, das ist nur hier der Rampe hochfahren Alter, dass ich das nicht hinkriege Mannnnnn Alter, was ist das denn jetzt? Lol, ich erinnere mich. Ich hab die mal auf YouTube gesehen im App. Die ist... Die wird hier noch ultra hart eigentlich. Man, jetzt... Digga, wie er instant die entmaunt hat. Das war vorher nicht so schlimm. Das ist echt... Das haben sie echt verschissen, diese Scheißsteuerung hier, Alter. Ohne Witz. Ja, ich hab ihn. Gleich. Gleich. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ist das gerade? Nö. Fast. Okay, aber das geht noch. Aua! Mann! Ja, das kann halt nicht. Mann, du... Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hol dich rein. Ja, dieses Stelz. Ich hab's ja. Mann, du störst mich hier, wenn du hier bist, Alter. Ohne Scheiß. Nein, du F***er! Nee. Nicht immer. Das muss man mit Motorrad machen, hier. So, siehste. Geht alles. Alles möglich. Alter, wie soll das denn jetzt hier gehen? Nein! Und so... Warum hast du dir zu lange gebraucht? Ja, ich hab mich einfach schwer getan, Alter. Digga... Egal. Warst du die ganze Zeit an dem Punkt oder an dem anderen? Nee, an dem anderen. Den du wahrscheinlich zu Fuß gemacht hast. Hm... Vielleicht. Fancy. Mann, Digga. Fick dich doch mal, Alter. Digga. Es juckt mich einfach nicht. Fuck. Oh, Alter. Ohne Scheiß. Was ist dein Problem, Alter? Warum hat er nicht geschossen? Ich hab die ganze Zeit die Scheißkaste gemacht. Mann, jetzt stehen hier deine Scheiß-Drei-Motorräder, Alter. Wie soll man denn hier die Scheiß-Drei-Motorräder noch machen? Ah! Wie kommst du denn da rüber? Ja, durch deine Scheiß-Motorräder kommen wir nicht mehr rüber. Mann! 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 Hä, Digga? Wie hab ich's denn jetzt gerade geschafft? Ja, das zeig ich mir auch. Dann warst du noch gut. Aber du bist nicht mehr gut. Du warst, Mann. Ja, ist klar. Nee, dann lass mich jetzt einfach mal rüber. Ja, hör auf, mich abzubleiben. Dann lass mich zuerst... Ah, geh mal rüber! Ah, geil, ey. Ah! Lass mich erst mal fahren, okay? Hallo? Hallo? Ja, ist okay. Das machst du jetzt. So, das kriegst du jetzt sofort wieder. Nee! Nee, jetzt reicht. Mann, ey, wie hab ich... Ich hab das doch gerade ewig nochmal geschafft, Alter. Nein! So, jetzt lass mich mal ganz kurz hier fahren. Nein! Ey, ohne Scheiß. Ich glaub, das ist die lustigste GTA-Folge ever hier. Wobei der Wow Ride-Folge 11 war auch okay. Mann! Was ist das? Ey, ich hab einfach... Digga, ich war halt ein... Oh, ich war... Mann, was... Jetzt kriegst du das auch. Ja, ich hab's wieder geschafft. Nein! 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 Dieser Wichser ist vom Motorrad gefallen. Dieser Wichser fällt vom Motorrad. Ey, wie hast du's denn bitte geschafft? Ja, wie ich dir gesagt habe. Guck mal, lass mich doch mal vormachen. Ich zeig's dir. Ja, guck mal, weiter komm ich dich. Ja, guck mal, du bleibst hier ganz hinten stehen und dann... Warte, warte, warte. Ja, warte, lass mich kurz... Damit der sich nach vorne so, ne? Also nur um 8 drücken ist ganz wichtig. Ja, siehste! Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und jetzt? Ja, jetzt musst du dasselbe nochmal machen. Ich schieße dich jetzt nicht weg, weil du... Weil du da bist, aber... Gut. Ich wollte jetzt auch nicht, dass du mir reinfährst, ne? Ja, Digga, bei sowas warte ich doch, Mann. Hast du's? Nee, warte mal. Als ob der Punkt da ist. Achso, aber du bist schon da drüben, ne? Ah, siehste? Ja, und da musst du jetzt irgendwie rüber. Ich weiß auch nicht, wie. Digga, ich schaff es nicht mehr. Ich hab's. Nee. Doch, ich hab's. Du bist zu Fuß gegangen, wie ich's gesehen hab, wie dein Motorrad, aber... Ehrenloser Wichser, Alter. Ohne Scheiß. Er macht es nicht einmal ehrlich. Naja, viel Spaß beim... Beim Motorrad fahren. Ja, Digga, du musst einfach nur drüberjumpen, über dieses Ding. Ach, da unten? Ich mach's jetzt auch zu Fuß, Alter, ohne Scheiß. Das regt mich jetzt hier ein. Ich krieg jetzt das Kotzen hier. Ohne Scheiß. Das ist halt so eine... So eine Scheiß-Stelle. Ja, ja, ja. Achso, du bist... Please, der ist einfach rübergeklettert. Nein, du... Spaß. So. So, ein Abfuck eigentlich nur. Das... Diese Map hier... Die war ein Abfuck. Ohne Scheiß. Ich fand's hier eigentlich okay. Das ist so ein Wichser. Das war doch okay. Ja... So, noch ein Checkpoint. Ja. Ja, so viel mehr kam bei dieser Map ja auch nicht mehr. Das war jetzt eigentlich das Einzige, wo man sich denkt, ja, okay. Das ist ein bisschen eine Herausforderung. Und dann würde ich sagen, ich bin im Ziel. Digga, du wartest jetzt auf mich. Digga! Was ist das denn? Ja, wo ist denn jetzt das Scheiß-Ziel? Digga, ich will doch rein. Ja, Digga, wo ist das Ziel? Ganz oben? Nein! Digga, du bist... Ja, easy. Ja, bei mir gibt's jetzt Entenbrust. Ich komm gleich wieder. Ja, ist klar. Digga, der verzieht sich eisgalt zum Essen, Alter. Was ist das für ein Spaß? Naja, Freunde. Ja, gut. Ich hab verloren, aber... Er hat geschummelt. Ja, und dann blieb mir letztendlich jetzt auch nicht so sonderlich viel übrig. Digga, du bist mir die erzählen, dass mein Handy grad ausgeschissen ist, Alter. Please, hat er doch gar noch 10 Prozent. Wichser. Naja, Freunde. Ja, muss sagen, Map war okay. Ja, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge... Ja, geht's weiter mit... Spannenden Rennen. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss und... Bis zum nächsten Mal. Gleich eine krasse Runde. Nice. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.